Heiliges Basilikum Okimum Sanctum oder Tulsi Heiliges Basilikum Okimum Sanctum oder Tulsi ist ein kraftvolles Kraut, das seit tausenden von Jahren im Ayurveda und anderen traditionellen medizinischen Behandlungen in Indien verwendet wird. Der kleine heilige Basilikumstrauch mit winzigen Lavendelblüten gilt in Indien als heilige Pflanze und wird oft verehrt. Es wurde angenommen, dass die heiligen Basilikumblätter starke Kräfte haben, um Giftstoffe aus dem Körper auszuspülen. Selbst jetzt in Indien haben die Menschen Tulsi Wasser, Wasser in dem Tulsi Blätter über Nacht eingeweicht sind oder kauen auf einem Tulsi Blatt, um die allgemeine Gesundheit zu verbessern. Verschiedene Gesundheitsprodukte mit Tulsi Extrakten helfen bei Erkältung, Pusten und Grippe.